Da bahnt sich etwas Illegales an. Das war ganz nett. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Das Geldkuvert wird übergeben, die Burschen fühlen sich relativ sicher, offensichtlich passt alles und wollen sich entfernen. Das Geschäft ist gelaufen, der Beweis ist erbrach. Die Burschen haben sich geirrt, es war doch die Polizei in der Nähe, nämlich die Männer der Einsatzabteilung, die Männer der Vega.